Wo ist denn die Kamera? Wo ist der? Geht der? Das geht sich schon aus, der fährt langsam. Die Scheiße, wo kann man da klingeln auf? Ich kann nicht holen. Ich frage mich da draußen in der Querstraße. Ja, ein bisschen weiter. Von uns aus klingelt es wieder rückwärts. Immer weiter! Ich bin jetzt auch immer weiter so was. Du hast gerade gesehen, wenn du vorbeikommst, die Frau vorbeikommst, die Frau vorbeikommst. Die Frau vorbeikommst, die Frau vorbeikommst, die Frau vorbeikommst. 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 Die Frau was vorbeikommst. Wieso das? Nein, nein, er ist stark, er ist richtig stark, er ist riesig an dem Boden. Schau an die Geschwindigkeiten an. Ich glaube, wir haben jetzt einen. Fangen wir weiter runter wieder? Du, wo war denn das, wenn wir auf der Pferde etwas so super gesehen haben? Alter, das ist ein riesen Ding. Das ist das ganze am Boden, ja. Er wird jetzt jetzt drüben, oder? Ja, das funktioniert ja. Das ist ein freckes Ding, ich mach das. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Danke. Ah, ich habe kurz geschleitert, was das gehört. Ich bin steppet. Jetzt verrückt jetzt wieder das. Da drück ich mich den Oberau von der Nasse. Rechts! Rechts, der ist schon, der ist schon weiter drüben. Oh, jetzt rechts! Rechts! Das wäre ein bisschen ein Boden, ja? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist das letzte Mal. Das ist gut. Der Circulation ist großartig. Ja, das ist jetzt. Das hat die beste Entendung aus all. Ich hoffe. Da ist es da. Wo ist es? Wo ist es? Ja. Oh, das ist das. Oh, das ist der Bad Erieberg. Wow. ... ... ... ... ... ... ... ... How do you see, Es ist einfach, es ist einfach, und dann wird es einfach, und dann wird es einfach, wenn es sich um ein bisschen zu recyceln ist. Und so, wenn wir es da stehen, wir haben hier ein bisschen einen Moment, und wir haben dann eine Runde, und dann haben wir eine Flur-Roll-Roll-Roll-Rolle Einfluss, ein schönes Fünnel, eine Art Kumpel-Fünnel, in der Mitte der Lüge. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Die Stadt ist ein Wettbewerb. Ja, Fritz? Ja, Fritz? Warte will Knopf, dass du mitnimmst. Stativ, so oder anders. Ja, Fritz? Ah, wenn wir ein Tatschdorf haben, kannst du eine Bilder von uns vornehmen? Das ist unsere Kamera. Das ist die Stimme. Wie soll ich es sehen? Ja, mein Name. Ja, ich bin der Tatschdorf. Ja, Fritz? Ja, Fritz? Ja, es ist großartig. Wow! Die ist rot. Machen wir dann ein Kumpen-Foto, wenn er unten ist. Gertrith! Zeitraffer! Wir sind sehr genug dran, gell? Die Zirkulation ist genau da, gell? Ja, sicher. Ja, sicher. Das war die Zirkung des Unternehmens. Die Zirkung des Unternehmens. Das war eine große Kumpel. Die Zirkung des Unternehmens ist ein paar Minuten. Das ist ein grosses Abenteuer, ein paar Minuten später. Erfret, er kommt direkt zu uns. Wo ist der Geschwinterbild von hinten? Ja, nein, der zieht vorbei. Bist du gescheit. Bist du gescheit. Erfret, was machen wir mit dem Auge? Hörst du das? Hörst du das? Ja, der ist in Richtung Wind. Schau hinten her, weg. Wischen, 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 wischen. Wischen. Hörst du das? 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 We can show you some tape from Reed Timmer. And this was the tornado at about this exact time. It began to, and there it is. That's really close to that. Thank you.